Hi Leute, was geht? Ich bin Chris und... Oh, hier backt gar nichts. Das ist hier... Das ist nice. Oh mein Gott, geil. Nichts backt. So lässt sich leben. So lässt sich wirklich leben. Yo, hi Leute, was geht? Ich bin Chris und heute spielen wir Moneymaker. Und ja, ich hab hier auch grad mal Arbeiter eingestellt erst. Hi Leute! Yo, yo, können wir uns alles nicht holen? Ich hab doch 100 Gold. Ich spiel gleich mit Moneymaker. Was machst du denn? Ich check dieses Spiel noch nicht ganz, aber irgendwie... Ich auch nicht. Ey, Moneymaker, ich muss erstmal reinkommen. Ich hab mir heute ein Tutorial gehalten. Ein Tutorial... Ähm... Von... GOMMA HD auf... Von... Auf Instagram... Hab ich bei GOMMA HD vorbeigeschaut und ein Tutorial... Tutorial... Ach du... Ach du... Warte kurz mal... Klein, alles klein, alles klein. GOMMA HD... Punkt... Punkt... Nett... Ja... Was ist das denn? GoHoods.net, okay? Nein, GOMMA HD. Ja... D oder B... Server... Verbindung zum Server. Ja... Ich bin... Ich muss erstmal... Ja... Ich hab G wie Gold... Dann O wie Oma... Zwei Mal... Das M wie... Ähm... Ein M... Warum? N... M... Wie MOKO... MOKO? Ja... Keine Ahnung... Ist nichts anderes... So... N wie Nordpol... Nein... Oh... Aber was ist das denn? Jetzt sag's mir doch mal richtig... M... Wie Miki Maus... Miki Maus?! Sag's mir jetzt richtig... G... Wie... Gaa... 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 Keine Ahnung... Garten... Garten... O wie Oma... M... Wie Miki Maus... Nochmal das M wie Miki Maus... Ja... Dann ist H wie Hannes... Nein... Dann kommt erst ein E wie... E... E... Cotium... Was ist das denn? Weiß ich nicht... Mir ist nichts anderes eingefallen... KD... Punkt... Nett... 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 Er war sehr nett... Ja... Und jetzt... Was ist das denn? Backe... 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 Und ich hab auch gehört... Man kann hier auch irgendwie... M... Oha... Oh... Endlich bin ich hier raus... Das will ich nicht gleich... Bei Moneymaker kann man auch... Ah, wie... Aber man kann es gewinnen... Ja, keine Ahnung... ich spiele es jetzt auch du musst deine was wird bereitet was ich muss in den ersten minenarbeiter ich will was anderes was gibt es denn hier noch alles bankarbeiter tausende sachen aber am anfang hast du genug geld um alles einzustellen weil du hast nur 9 dollar und für die 9 dollar umstellt hier erstmal ein meinarbeiter ein dann kannst du anderen Sachen machen bankarbeiter ich will bankarbeiter ja du kannst alles muss man zuerst meinen ja weil sonst hast du kein Geld für die anderen Sachen so ok wo sieht man das jetzt mal wie man Geld halt rechts Kontostand dann gibt es noch Edelcash und Produktion 28 58 Sekunden steht bei mir Lohntransport Banktransport 70 Sekunden dauert das das dauert ja fast eine Minute holy shit yo da hat ein Eisenarzt geil ich würde sagen erstmal Kontostand ich weiß nicht was ich jetzt hier anklicken soll Wienarbeiter kaufen 0 Verbesserungs äh Verbesserungskosten ich will eine Lore verbessern dass sie schneller ist ach du meine Güte freigeschaltet bei sie oh warte ich schnell ok Leute ich bin gleich wieder da also ich muss das jetzt erstmal auch checken hier zum Mineneingang anfangen ich will noch o wo Jo wo fliegt der Gold ja hey halt was für Effekte stehen bereit ja Effekte berichtet ok ich will den verbessern Was habe ich denn verkauft oder was? Yo, hast du ihn verkauft? Anscheinend, keine Ahnung. Hä? Hey, ich habe null auf meinem Konto. Was ist das? Lager voll. Ach, du Kacke. Wo kann man sich jetzt hier... Was ist das denn für uns so? Ich habe einen seltenen Arbeiter. Cool, oder? Was der mir bringt, keine Ahnung. Wo kann man sich hier Geld abholen? Ich habe kein Geld mehr. Ich habe 6,35.000. Lager. Ja, du musst auch erstmal einen Lore anstellen, dass du Geld verdienen kannst. Ich habe keine Ahnung, wie ich Loren anstellen kann. Du musst hier einen Transportarbeiter einstellen. Ach so, aber ich habe halt... Ich kann halt niemanden einstellen, weil ich kein Geld habe. Na, dann hast du Pech. Ah. Du kannst du mir Geld holen? Hey, der Block ist gerade kaputt gegangen, aber ich... ...hat nicht... Kommt. Boah, was kann ich dir irgendwie geht? Ich überweisen hier... ...und ein Befehl. ...Geh... ...aufgabenrechtsklick. der muss jetzt erst hast du auch einen Minenarbeiter ja ich habe alles belohnt die Erste jetzt erst mal Geld es ist erst mal Warten wo krieg ich das Geld her du musst steht dann rechts bei dir ja da steht Konto stand Null ich will nicht und jetzt Lager was steht jetzt da Bankarbeiter Null Jochen Graf er hat 400 hier haben hallo hallo ich bin auch ein Arbeiter mehr für 50.000 für den nächsten Arbeiter hier kann ich mit 400 Euro ja ich hab 13.000 jetzt ich verlasse einfach mal kurz in zwei weil ich will auch wissen wenn hier zum beispiel hier unser projekt weiterspieler ob der dann auch geld dazu kriegt ich spiele kurz um da kann ich sagen zwei ich habe auch noch nicht 50.000 okay ja und jetzt sind immer wieder zurück in der Stadt mit dem ist mehr manche aufhalten nein die fährt dann einfach durch die durch jetzt will ich ah ja der arbeitet weiter jetzt habe ich 16.000 du kannst auch in der zeit was anderes machen also auf einem anderen server spielen oder sowas schwarz kohle ist billig schreibt ag johannes schwarz kohle herrn ich hab kein durch jetzt schrägstrich und ein was denn um ein anderes spiel nirgstrich hier sind schrägstrich das ding macht währenddessen weiter ja Ja, geil, oder? Das ist was. Und denn, was wollen wir spielen? Ja, das kann es. Oder irgendwas? Ich würd liebend gern, äh, hier, Dingens spielen. Gang Gang, nee. Ähm, hier, Rang Mode, keine Ahnung, was heißt. Rage Mode? FFA Rage Mode? Okay, warte auf... Was heißt Rage Mode? Auf den Bogen. Auf Lobby 14. Auf Lobby 14, ja. Okay. Ach du meine Güte, wo ist denn die? Wir treffen uns da. Okay, ich bin an der 14. Ach du Kacke, jetzt bin ich wieder hier. Das war's nochmal Rage Mode. Hier bist du, okay. Okay? Wollen wir... Lass Team. Lass zu Noscha. Noscha. Lass zu Noscha. Wie ist das hier? Ach so, da. Okay, let's go. Okay, gut, wir sind Team. Wir sind Team. Oh, hier steht Teams verboten. Oh, okay. Oh geil, machen wir es trotzdem einfach, okay? Nein. Äh, Leute liebe Zuschauer, es wäre nett, wenn ihr das keinem verratet. Oha, schnell für die Deko. Ist überhaupt keiner. Ich hab fast jemanden getroffen. Hier bei mir ist überhaupt keine Tochter. Da hinten, joo. Alter, ich krieg hier null. Yo, ich bin tot. Wie viel Kils hast du? Ich hab 49. Hab bis jetzt. Null. Game Kils. 63. Ich liebe dieses Game. 63? Ja. Ja. Helfen ist einer. Wie gut können die zielen. Das ist komisch. Das ist komisch. Das ist voll komisch. Ach so, bei Gun Game auf... Oh, Kacke. Ja, ich hab 51 Kils. Äh, wie schlecht kannst du denn mit Zielen? Ich hab jetzt nur drei Mal geschossen. Also, ich schieße hier eigentlich nie. Ich hab hier noch nie einen Schwertkampf gemacht. Ich seh dich. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Mein Faschbetreffer. Ja. Ach, Kacke. Seine Axt. Hör kurz, ich weiß jetzt wo du bist. Den knöpfe ich mir vor dir. Der hat mich getötet. Ich weiß. Yo. Ich seh dich, komm. Du bist dran. Und dahinten verschanzt dich. Ist der. Yo, Kacke. Ich wurde abgeschossen. Nein, der hat mich. Scheinklöster. Du musst immer in Bewegung bleiben, wenn er schießt. Ja, ich weiß. Oh nein, da war schon wieder einer. Ach, Mist. Ich bin hier nicht allein, sehe ich. Ja. Komm, Jakob. Ich wurde jetzt vor 1000 Mal von dem Typ getötet. Weil ich ihn getötet habe. Weil ich ihn töten wollte. Oh, meine. Ich hab mich gut verschanzt. Ach, Mann. Schon wieder von hinten getötet. Junge. Ich hab ihn gefunden. Wo ist der hin? Seh mir nicht mehr. Ach, Mist. Ich seh den. Oh mein Gott. Man kann sich ja übel ins Wasser retten. Das ist ja nice. Das ist geil. Ja. Oh, hier ist ne Dinge. Oh Mann, die Affe. Ne, ich mach. Da war ne Druckplatte. Ach, Mist. Ich bin halt auch nur hier in dem Spiel gut in Bogen. Aber Schwertkampf bin ich gar nicht gut hier. Ich bin hier auch nur so. Oh, Mann. Ne Meisekill. Was ist das? Keine Ahnung. Jo, hi. Du willst mich schon wieder töten, weil ich dich grad getötet hab. Geil, nochmal gekillt den Typen. Vor allem den gleichen Typen. Jo. Hab ihn. Alter, er hat mich wirklich nicht bemerkt. Alter, kacke. Ich back hier rum. Jo, ich back halt wirklich. Ich muss mich töten. Oh, wir grad zusammen drin waren. Oh, cool. Ich bin grad im Nether. Lava. Oh, kacke. Wenn man brennt, dann kriegt man die Lava. Hätte ich jetzt nicht erwartet. guck mal drauf,oting. Lava. Ahnung. Te Venice Sir. Unruh,imin ownicer als Quit. Nerix auch. es ist um eine meise kill hat mich gerade selbst gekillt oh mein Gott, das ist ja übel würde ich hier dauern sollen? das ist ja übel das ist ja übel ich sehe auch die Leid ich sehe es eben nicht das ist ja übel Lobby 14 war es? Ja. Boah, da kam gerade einer. Ich guck ganz kurz in welcher Lobby ich bin. Jetzt bin ich Lobby 15. Geh in Lobby 14 und dann Magma Village. Magma Village? Magma Village. Welches Symbol ist das? Na, wir geh in Rage Mode und dann Magma Village. Wow, Rage Mode, was ist das? Das, was wir gerade gespielt haben. Rage Mode. Ach so, das. Ich überprüfe nochmal ob ich ein Lobby. Soll es sein, bin ich. Und rein da. Ich bin hier auch drauf. Oh mein Gott, die Map ist hier übelst nice. Ja. Deswegen solltest du ja auch drauf joinen. Oh kacke, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Oh, das sah übelst nice aus. Ich brenne. Oh mein Gott. Oh, hab ich mich erschreckt. Jo. Jo. Oh, Mist. Und das war direkt mit der Schuss. Honey Bite wurde ich getötet. Ich wurde von Honey Bite getötet. Oh, ich hab mich so erschrocken, als sie kam. Ja. Ja. Oh ja, tatsächlich. Oh man. Oh. 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 Ich wurde schon wieder von dem gleichen Typ. Ich wurde schon wieder von Honey Bite getötet. Oh. Oh, Jo. Oh. 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 Ich... Oh. Oh. Oha! 58! Was war das für ein... Oha! Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so gut zielen kann! Yo! Ey, das war einfach! Das war wirklich einfach! Ach Mist! Ich war zu langsam! Ich seh nicht! Nicht schießen, nicht schießen! Das bin ich! Das bin ich! Ach du Kacke! Von hinten kam jemand! Hättest du mir auch früher sagen können, dass da jemand kommt? Ich hab nicht hingeguckt! Oh nein! Scheintelaster! Ach Mist! Es war nicht jetzt auf diesem komischen Berg! Ne, er wollte genau... Ach Mist! Ach, komm jetzt! Komm jetzt! Ich hab fast die 60 Kill! Es ist voll anstrengend, dieser letzte Kill einfach! Ich hab 45! Hast du 45 erst? 65! Oha, da hab ich meine Bast-GAG-Skin! Oh geil! Jetzt ist es auch noch Bast-GAG! Yo, ich seh dich! Ich seh dich! Ich seh dich! Hallo, nicht schießen! Ich seh nicht! Yo! Ich hab den Typen hinter dir gekillt! Jetzt hab ich 60! Bei mir wird grad noch die Welt bereitet! Ich seh ich auch! Da hinten ist der Typ, in dem was du dir erlässt! Ich hab ein... Ich hab ein Easter-Eck gefunden! Du hast Augen steht drauf! Ich hab Augen! Ich hab Augen! Wieso, du hast Augen? Ja, das war irgendwie logisch, dass du Augen hast! 61 Kills! Wann wird endlich die Welt hier fertigbereitet? Ach, Mist! Hat er einmal einen Chorus? Da hab ich Chorus gespielt! Yo, der hat einen Weihnachtshut auf! Aber der geht! Ja, mit dem Bettland-Klein geht halt alles! Mit dem Bettland-Klein geht halt alles! Mit dem Bettland-Klein? Ja! Da kannst du hier... Ja, du kannst auch Hüte machen! Ich hab' nur in Bettland-Klein! Yo! Hey, bei mir geht das nicht! Yo! Ich hab' Augen! Was? Geh' denn! Ich hab' noch nicht! Oh, ich hab' noch... Dreiundsechziger! Ich hab' noch nicht gesagt! Er ist ein paar Wochenende! Wie viele Kits hast du? Wie viele Kits hast du? Ja, ich hab' noch nicht gesagt! St die Hälfte Jürgen Bein zwei Leute in die LPS gehen ich bin ganz nah dran bei dir okay wer als erster die 80 kids erreicht hat ok ich hab einen jungen jungen ich hab 67 ja ich weiß 68 69 bei mir dauert das so lange mit dem Laden ich hab richtig schlechtes im Laden Oh, ich hab fast die 70 Yo, ich hab so Angst Ich weiß nicht warum Ich hab halt... Ach kack Wenn man kurz nicht aufpasst, dann ist man tot Oh nee, ein Tipp mit was die DHG ist genau Oh, yo, kommt Hunde, beruhigt euch Denn manche haben halt auch Hunde Die haben mich grad in die Lava geschmissen Oh ja, das ist übelst okay Ja, weiß ich Deswegen Sind sie auch Hunde? Ich geh raus und guck was mit meinem Moneymaker passiert Yo Yo Das muss erstmal laden bei mir Yo Komm schon Yo Beruhigt euch, Hunde Ich hab noch ein halbes Herz Ich hab noch ein halbes Herz Na ja, dann überlebst es nicht Doch, ich hab ihn gekehlt Gleich Ach komm, ihr habt mich gekehlt Yo Yo Beruhigt euch mal Leute Da ist der Typ mit dem German Let's Pizza Da ist der Typ mit dem German Let's Pizza Jetzt ist es sogar was für die Typen Ich mach dich Ich mach dich Jo Das wär halt ja übelst Oh komm Hey geil, ich kann jetzt selbst mit abholen Jo, beruhigt euch Komm Komm, ich hab die 70 Kid Das ist weiß Was? Ich verdiene jetzt richtig schnell mein Geld damit Mit was denn? Ich kann hier selbst mit diesem Hebel Ich kann hier selbst mit diesem Hebel Und dann auf die Spitze Das hab ich freigeschaltet Yo, ich hab 90.000 Ich noch nicht ganz Braucht er noch ein bisschen Jetzt hab ich 41.000 Weil ich es freigeschaltet hab Ich will nicht ein Arbeiter einstellen Hier ist ne Truhe Was ist mit der Truhe falsch? Wie die Abbau Kann man gar nicht öffnen Wir wissen, wie du es freigeschaltet hast Ich bin zu der zweiten Spalte mit dem TNT Zum TNT Teil mit dem Hebel Dann hab ich darauf geklickt Dann hab ich auf die Spitze Ich hab jetzt einen Minenarbeiter hier dran Ich kann jetzt nicht Der Typ arbeitet hier dran Der Typ arbeitet hier dran Ich hab jetzt 28.000, weil ich den Typen gekauft hab Ich will den mal upgraden hier Das geht richtig schnell Das ist lustig Ich muss hier nur noch rausfinden Ich hab jetzt alle auf maximale Stufe gemacht Und dafür hab ich jetzt 90.000 Euro 90.000 hab ich dafür bezahlt Dass jetzt alle auf Komplette Stufe sind Jo und jetzt kann ich den Transportarbeiter nicht mehr upgraden Jo und jetzt kann ich den Transportarbeiter nicht mehr upgraden Kacke Ich muss den Transport Mensch Upgraden Sonst dort ist hier viel zu lange alles Hey yo Wir haben schon 40 K Hast du halt in dem Mittel Ich hab gleich 90 Ich hatte 90.000 Jo maximale Stufe hab ich den jetzt An diese vielen Leute Die klauen mir mein Geld Ich wills bis zu 95 schaffen Bis zu 95 Ich hatte schon über 90.000 Aber ich hab jetzt alles für Die ganzen Sachen Ich hab das noch nicht Hier gibt noch Gold Hier 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 90 Jo ich muss die Bankarbeiter hier noch abdrehen Was bringt dann eigentlich der Bankarbeiter Bis jetzt wird er glaub ich noch nichts getan Außer Um dumm rumzulaufen Ich muss ja jetzt den Ausgang finden Ah jetzt kann ich Ah jetzt weiß ich wie ich auch seh sonst ja Ding du bist Jo Ich hab hier irgendein krasses Zeug gefunden Ja Gold Nein was anderes Was ist anderes Was ist anderes Oh einfach ab Au da bist du Hi Das ist mein Gläufe Ah mein Gott Ich schau jetzt ab Huch was ist denn Aufseher Hä was bringt einem der Aufseher Hä was bringt einem der Aufseher Und meine Leute arbeiten Hä 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 man muss jetzt selbst die Arbeit tun Ist ja doof Ist ja doof Ist ja doof egal Ich brauch's Geht nicht Ah man kann auch von vorne anfangen wenn du Bock hast Ach du Kacke Ich will hier raus Ah hier ist das mit normalen Geld So ein alter mit dem PC Teil weiter kurz mal Ich klaut mir meine meine Sachen Wenn du kommst zurück zu seinen Arbeitern Ist ja komisch Wie sie mit ihr euch Kann ich mir mal sagen wenn man zurück zu seinen Arbeitern kommt? Nein die 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 auch bestimmten die 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 er macht ja gar nicht so doof es ist ich habe er muss auch sein ja hier ich habe mich nicht die drei und drei vierzehn noch zwölf tausend kreis 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 Spass Naja, ich geh jetzt wieder zu meinem Mini-Arbeiter Ich nicht, ich fang nur schnell Geld Ich muss hier wieder zu... Ich muss wieder äh... Dinges bekommen Geld Gold Ah, in 5 Minuten muss ich ausmachen Ich brauche meinen Transportarbeiter, da muss ich wieder abkühlen 123.000 hat mir der gekostet, um abzup... Okay, dann musst du wieder auf meinen Kuh Schaut am Eingang auf dich Nee, aber das ist ja geil, weißt du? So, wenn man hier einfach ein paar Tage lang einfach nichts macht, dann hat man ganz viel Cash irgendwann Jo, 6000 hat mir der Typ, der andere Typ hat Und das kostet jetzt so einen Mini-Arbeiter Keine Ahnung, ich will noch einen kaufen Ich will noch einen kaufen, um für jeden Fall so einen Mini-Arbeiter Und ich spare mir... Der kostet 450.000 den nächsten Mini-Arbeiter Naja, ich hab über 50.000 Erst So, jetzt 15.000 für Upgrade des Mini-Arbeiter Geilo, 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 Geilo Der Transportarbeiter, wie viel kostet der Upgrade? Ja, kann ich nicht sehen, schade Jo, den muss ich auch ordentlich upgraden Okay, ich geh dann zu Okay, ich geh dann zu Hier ist schon wieder jemand, der mir mein... mein Glück klaut Hat sich Kills in... Rage-Mode hat Nein, äh... Ja, ich bin da ausgestiegen Schade Ja, Mist Weil wir spielen, wer zuerst... Null-Hot Okay, gut Treffer Die 71 Kills jetzt Yay Ich geh wieder in, glaub ich, 14 Ja? Überprüfst du mal, ob du auch in, glaub ich, 14 bist? Ja, werd ich schon Und dann gucken wir, Magma Ja, ich bin schon Magma Village drin Ich auch Ich weiß nicht, ob du... Ja, du bist hier Irgendwie bei dir ist bei mir so ein Haken Ich merke mich hier auch Jo Jo Mist Ich seh dich, ich seh dich Komm, bleib hier Ja, bei mir Oh Mann, jetzt... Warum hast du mich abgeschossen? Ich hab dich nicht abgeschossen Ich hab dich nicht abgeschossen Ah, war das irgendwer anderes? Ich weiß nicht Da bist du wieder Ich will wieder auf den Berg Jo 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 Oh Mann Irgendwer hat mich von der Seite geschlagen Ich geh gleich einfach mal schnell in den Lager Soll ich mir rauskommen, oder? Ich hab eins Machst du jetzt noch mit? Wieder bei 80 Kills kriegen? Wie viel hast du? 72 Ah, weiß ich grad nicht Wie viel hast du? 73 73 Jo Jo Jo, ich hab auch 73 jetzt Ja, Mann, ich werd hier doch von 1,70 Jo Ja, das ist doch für mich Das dauert immer so lange um die Welt zu bereiten schicken S Deswegen bist du Deswegen spielt man ja auch nie eine 1.18 Jo Da bist du Ich seh nicht, ich seh nicht. Ich hab den Typen. Oh, scheiße, da sind Wölfe. Yo, da sind Wölfe. Ich hab mich halt mit zwei Killen. Yo. Wie können die? Hä? Wie? Wie geht das? Ja, ich hab mich im Vorbeirennen abgeschossen. Ja, da brauchst du einen. Weiß ich nicht. Jo, du musst halt Basti gucken. Jo, warum schießt der Typ auf mich? Warum schießen die alle auf mich? Oh, jetzt hat er mich auch noch. Das ist nicht so. Die Hunde greifen halt immer an. Ja, egal wo man ist. Weil die verirren sich dauernd. Jo. Ich hab die vollen gekillt, Typie. Jetzt hat er mich gekillt. Oh, die Leute. Ey, der hat Palettoskin. Palettoskin. Das ist der Palettoskin. Oh Mann, jetzt war ich gerade schön auf dem Ding. Ich war gerade so schön auf dem Berg. 75 Kills. Manchmal macht man halt auch so krasse Kills. Jo. Jo. 19 Jo. wo ich hier noch vier Kälte wie viel Kälte ist ein Haus hier Jungen ich muss jetzt aus okay, tschüss. Yo, was geht hier ab? Mist. Dieses ist auf jeden Fall gegründet. Ja. Magma Village. Yo! Was ist? Nicht. Scheiß nicht. Hm? Hm? Wie? Komm! Ich hab das irgendwie falsch einge... Oha! Ich hab die 77 kennt. Ciao! Tschüss! Yo shit! 79! Geil, Leute! Wir schaffen im Video noch die 80. Cool! Was? Die 80 schaffen wir noch. Alles zu haben. Beruhigt euch mal! Beruhigt euch, beruhigt euch, beruhigt euch! Mist. Ohne die 80 Kills! Bitte es viel nicht an! die 15 und zieht noch ein Kind hier macht sich geht ich habe noch schnell den Money Make-up gemacht 341.000 Ok, ich tausche einen Arbeiter gegen einen anderen aus. Das habe ich doch vorhin schon gemacht. Ok, dann wechsel ich den Arbeiter halt. Und jetzt habe ich das Tutorial beendet. Ok, Leute. Ich will mal wissen, ob die auch den... Yo, die ist genug abgegradert. Yo, wir haben kein Geld mehr. Yo, der baut jetzt aber auch richtig schnell ab. Im Gegensatz... Der ist Level 55, 136. Im Gegensatz zu dem Typen hier. Yo, abgegradet. Der ist Level 112. Der ist halt teurer abzubilden. Als der hier. Der hier was kostet und der abkühlt hier. Oh, ne. Oh, ne. Hey, Leute. Moneymaker ist auf jeden Fall echt geil. Ich will mal wissen, ob der 100% voll ist. Oder nicht. Ja, okay. Das ist 100% voll. 13.000. Die wird abgegründet. Jetzt will ich auch nochmal wissen, ob der 100% voll wird. Ich muss den auch wieder abwählen. Ja, dann bekommen wir prozentvoll. Yo, der nimmt ja nur einen 10er mit, oder was? Oh, den muss ich wieder abwählen. Yo, wieder abwählen. Der muss halt richtig voll sein. Okay. Ich will jetzt immer noch 100% voll. Ja. Noch 10. Ja. 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 Jetzt nimmt er genug mit. Lora ist nur 20% ausgelastet. Okay. Upgrade. Auch ein Upgrade. Was die Lora aufmachen? Ne, 80% ist 21 Grad. Ja, 139.000. 169.000. Ja, hier könnten wir... Jo, lass den vergessen. Jo, jetzt legt er richtig los. 169.000. Okay, und die Lora? 21% immer noch. Jo. Vielleicht kriegen wir wieder Geld aufs Konto. Vielleicht müsste auch kommen, unser Geld. Oder hat der schon alles ausgelastet? Ja, gleich zum Video. Den hier aufgraden wir wieder. 20 mal. Was ist der? Was ist der? Level 187. Okay. Auch Upgrade. Lora 9. 38. Okay, wir können noch ein paar Upgrade drauf schalten. Mit 39.000. 18 Mal verbessert. Ich glaube jetzt 25. 1. 2. 2. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 4. 1. 1. 4. 1 10 Auslastung 37.000 27 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 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 6 6 6 7 7 8 9 9 10 11